Und Willkommen zurück bei Let's Play No More Room in Hell, wo Mr. Mandrake erst mal vom Server geflogen ist und weil es etwas länger gedauert hat hier bei uns so. Ich hab die Flinte gleich leer geschossen, das heißt ich kann mir auch noch ein M16 krallen. Obwohl ich ja 45er Munition im Überfluss habe. 45er Munition? Ja, da hätte ich gerne eine Pistole dazu, das wäre total cool. Ah, die Flinte ist leer. Dann geh zurück. Ja. Obwohl bei meinen Schiefkünsten und diesen blöden... ...blutig? Nee. Bei den blöden Amis wären natürlich... Eigentlich so eine Schrotflinte ist schon fast besser. Was sammle ich hier eigentlich als für Munition auf? Was bist du gerade? Was ist unser Ziel? Äh, warte... 7-6-2. Warum gibt es davon so viel hier, obwohl es keine Waffe dafür gibt? Wo bist du verdammte Scheiße? Ja, genau da, wo du gerade gedürtet wirst. Äh, Use Mangeless Code to Open High Security Freezer. Das war 5910, glaube ich, ne? Weiß ja nicht mehr. Ja doch, müsste 5910... Uch. Aber... Oh Mann! Hier hinten. Hier, hier, hier. Komm. Hallo. Warte, warte, ich muss mir noch ne Knarre holen. Ah, hier ist noch 45, da schmeiß ich die da auch gerade hin. Ach, zur Hölle, so viele Zombies sind schon wieder. Ach. Okay. Okay. Warte mal, warte mal, warte mal, ja? Ähm, neun, 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 neun... Gehen doch gerade auf, raus, raus! Ja, wir können weitermachen. Wo bist du? Ich hab hier schon geöffnet. Recover. Wir müssen irgendwas... Wuch. Find an Explosive to open the... ...quarantine door. Äh, hm. Hatten wir nicht hier einen Tee irgendwo? Ja, aber ich hab hier irgend so was anderes genommen, so ein... Wahrscheinlich müssen wir irgendein anderes super high explosive Ding finden. So. Ähm. Ja, ich glaube, wir müssen erst rot... Boah, es ist echt... ...nicht ganz so einfach. Also erst bei C zu dem roten Ding und dann... Ja, dann los. Das Rote ist ja immer so was, was man mitnimmt. Glaub ich. Ja. Also das ist immer so was, was wir schleppen müssen. Ach du. Heiliger Bimbam. Heiliger Bambino. Und das war's für diese Waffe. Da wähle ich das Feuerzeug aus. Was ist mit dem Ding? Hat das noch irgendwas? Ja. Ah. Boah, das kann ich mir sparen. Haben wir die für... Ähm. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall... ...da durch. Oder? Das ist die... ...Garantietür. Die Quarantäentür. Warte. Ach, verdammt. Nee, nee, das ist... ...das ist, äh... ...was wir brauchen. Hier, dieses... Warte, ich komme. Ja, ich werd eingekreift. Hilfe! Jetzt geh, äh... Warte, ich geh hier die andere Tür lang. Ja, mach das, mach das. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wo gehen wir auch immer. Ja, ich seh dich hier. Hallo. Komm, hier, hier, hier. Äh... Nee, nicht. Wo müssen wir denn hin? Zum Blauen, ne? Ja, ich glaube schon. Äh, dann... Ja, doch, hier lang. Äh, nee, doch nicht. Doch nicht, halt. Wir haben... ...den Plan. Oder der... Nee, nicht so richtig. Oder der Plan hat uns... Warte mal, ich werfe das mal kurz hin. Zu lila. Du läufst in die komplette... Ach, jetzt werde ich's... ...bekomme ich's angezeigt kurz. Okay, gut. Jetzt ist es wieder weg. Achso, ich kann's mir auch so anzeigen lassen. Ah! 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 So, C... Hier... Da... Nein! Hä? Die Tür hier sieht so aus, als ob man sie... Aber... ...ist die nicht. Quarantäne Tür. Ja, 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 doch, hier ist richtig, glaube ich. Warte mal, mach den mal tot da, oder? Ja, oder da. Ich glaube, da lang, ja. Hier, 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 hier. Ich komme schon. Okay. Ui. Komm in die Armory rein. Ja, nee, ist gut, komm. Ich muss mich heilen. Warte, dann nehme ich mal eine andere Flinte. Raus, komm. Ich muss mich heilen. Ja, hier sind Zombies vor der Tür. Komm mal einfach raus und heil dich woanders. Ich bin doch nicht fertig. Jetzt bin ich fertig. Ja, ich komme. Los, raus. Ich habe drei Rounds. Gut. Oh, er hat die MP5. Ich bin jetzt der Auftrag eigentlich. Cut the power to the electrified puddle. Ach du Scheiße. Rechts an, genau, ja. Ich bin hier bei dem Humvee und habe keine Ahnung. Ja, ja, ich bin auch da. Ach du Scheiße. Ja, doch, wir sind hier richtig. Oh, ich kann da, warte, 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 ich lauf durch. Hier hinten ist Elektrik. Ach du, ja. Ach du fuck. Und, ähm, da. Ich bin eingekreist und tot. Okay, ich lauf hier lang. Ich bin tot. Hilfe. Ah, fuck, 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 fuck. Hier ist M16, Muni. Hier ist eine... Ach du Scheiße, hier ist alles Mögliche an Waffen, aber... Äh, irgendwie... Ah, doch, hier hinten. Ach wie geil. Cool ist das denn hier. Okay, hier gibt es tolle Sachen. Hier muss der hin kommen. Ja, ich muss den Weg erstmal finden. Und halt eben auch... Das Ding zum Strom abstellen. Äh. Okay. Use crank to open... Spissimen gate. Was ist der crank? Was ist der crank? Oh Gott, ich bleib hier einfach nur eingekreist. Ich hab überhaupt grad keinen Plan. Ich hab hier grad ein bisschen aufgeschmissen. Und ich bin infiziert. Juhu. Hallo? Glaub mir, hier ist es auch nicht besser. Hier baut jemand Hanf an. Ja, der macht alles richtig. Und, ähm... Ich glaube, es ist TNT-Zeit. Grenade! Ja, genau, hier bist du ja rausgelaufen. Hui! Hohoho! Oh, okay. Oh, okay. Okay, hier ist alles, ähm... Eigentlich freigeräumt. Ich bin schon wieder tot. Vielleicht startest du ja mal bei mir. Wär ja mal schön. Äh... Äh... Wo bin ich hier? Das kenn ich gar nicht. Dann wahrscheinlich... Bin hier in irgendeinem Partyraum. Ja, genau, das ist bei mir. Komm. Das ist bei mir. Komm. Wohin komm? Raus. Sammle dir da deine Waffen und komm. Welche Waffen? Hier draußen vor der Tür. Komm, komm, komm. Hier. Hier. Also hier liegen... Ach, ja. Pumpgun finde ich nett, ja. Hier liegt noch im Se... Aber nee, hast du ja gar nicht mehr, glaube ich. So, warte mal. Ich schnapp mir mal kurz. Ja, oder auch nicht. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Geradeaus weiter. An denen vorbei. Okay, dann los. Warte, ich hab die Machete. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jawohl. Dieses TNT, das ist echt der Burner. Ich hab das eben da aus diesem Partyraum geschaut. Draußen war Ruhe. Sehr gut. So weit, wo wir hin müssen? Use Crank to open. Ja, ich glaube, wir müssen... Nein, 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 nein. Vorsicht, ein kleiner Griecher. Wir müssen hier irgendwas Rotes holen. Nee, ist doch falsch. Scheiße. Scheiße, Scheiße. Meine Kifft ist leer. Wir müssen hier lang. Hier, ja, ja, ja. Hier ist richtig. Ich bin infiziert, verfickt. Ja, da ist das Lila. Da ist das Lila, ne Ding. Kann man das einfach so... Hä? Hä? Oh, da muss es da hin. Da muss das Rad hin. Da muss es hin, ja. Das liegt hier hinten. Da ist es. Das ist im Container drin. Halt mir den Rücken frei, ich mach's. Ich bin eh infiziert. Ey, dann los. Mit letzter Kraft. Ja, jetzt hätte ich gerne eine Schusswarte. Warte, geh weg, ich mach eine Handgranate. Ja, los. Nimm das Ding. Äh, warte, ich nimm's. Rutsch, den. Ja, ich hab's. Oh, fuck. Hinter dir. Ja, ja, ich geh. Alles gut. Die Handgranate war einfach göttlich. So, jetzt kann ich das Ding... Occupy the Lo... Was? Loadware. Ach, du fuck. Hast du Pillen? Nein. Kacke. Also, einer von uns muss kurbeln und der andere muss durch, oder was? Hm. Ey. Das Ding senkt sich halt wieder, wir müssen halt... Ja, los, los, lauf, 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 lauf. Ich seh nix mehr, ich bin infiziert, ich muss mich erschießen. Ich seh nix mehr. Geh weg. Lass mich mal... Ich kann nicht weg, weil ich jetzt wieder angegriffen werde. Warte mal, ich erschieß mich schnell. Das kann doch nicht wahr sein, nee. So, ich bin tot. Ich muss mich erschießen. Ich... Mein Bild war schwarz. Weil ich, wie gesagt, infiziert war. Mein Herr. So, ich komm wieder. Hallo? Lebst du noch? Ja, ha. Ja, ha. Aber nicht mehr lange, wenn das so weitergeht. Ja, ich... Ja, ich bin tot. So, ich bin auch da. Jetzt wieder. Ja. Oh, Mann. Okay, da kann man... Wir müssen das irgendwie... Ja, einer muss kurbeln und der andere muss durch. Ja, aber da sind haufenweise Zombies auf der anderen Seite, ne? Das ist dir klar. Nein. Also, da stehen viele. So, also ich halte hier schon mal frei. Du musst nur hierher kommen. Ja, ich bin auf dem Weg. So, ich hoffe, ich bin jetzt nicht schon wieder infiziert. Dann kotze ich. Guten Tag. Guten Tag. Na dann. Warte, ich kuppel. Und schieße. Jetzt geht. Kann ich noch nicht. Jetzt. Jetzt. Ja, ich bin durch. Warte, ich komm. Warte, du tot. Weg, weg, weg. Ja, ich bin durch. Komm. Ich habe zwei Rounds. Was ist der Auftrag? Den Wagen entkoppeln oder irgend sowas. Okay, dann los. Wie schön hell es hier wieder ist. Ja, ja. Total von... Backgasse? Ne, da geht's weiter. Total von Vorteil. Ja, total. Ich bin voll drauf. Bei den Wagen, oder? Äh, sieht so aus. Das war mein letzte Wagen. Achso, das geht einfach so. Okay. Warte, ich mach's schon. Man muss einfach nur E drücken. Wo ist das? Use blasting caps to clear rockslide. What? Ach, was will denn dieses Spiel? Echt, das ist total krank. Kannst du einfach mal jetzt... Beinbar ruhig sein. Genau. Und sich einfach mal deutlich ausdrücken, sodass man es versteht. Ja, auf Deutsch. Ja, genau. So, da ist irgendwas. Was wir aufsammeln müssen. Ah, okay. Okay. Irgendwelche TNT-Dinger. Äh... Ich nehm das einfach mal und, äh... Okay, wir müssen einfach, glaube ich, hier runter. Bist du da? Ja, ich bin direkt hinter dir. Bewege dich. Es hat nämlich alles irgendwie geklappt. Auch wenn ich überhaupt nichts sehe. Alles gut. Man kann den ja dann doch relativ... entspannt ausweichen. Ich laufe nur dem roten TNT hinterher. TNT. Du bist ein Leuchtfeuer in der Finsternis. TNT voraus. Ob das jetzt schon keine Kriecher oder Kinder. Ja. Ja, aber Kinder, glaube ich. Oh, scheiße. Hier wird's kacke. Scheiße. Ich weiß nicht, wohin. Ja, gut, gut. Lauf, lauf, lauf. Mich haben sie, mich haben sie. Lauf weiter. Ja, ja. Ich laufe. Ja, hier muss es hin. Ja, ich hab's hier hingebracht und werde wahrscheinlich... Ich bin tot, ich bin tot. Jetzt durch die Explosion gleich sterben. Nein, werde ich nicht. Weißt du, wo ich bin? Hä? Ganz am Anfang. Im Partyraum. Welt of the Letters. Ach, du Kacke. Ich hab'n Welder. Äh, ja, genau, die... Ja, genau, das bräuchte ich jetzt hier. Aber ich glaube, ich bin so weit hier jetzt gerade durchgelaufen. Ah, hier ist ein Welder. Ach, super, dann mach. Den ich sogar mitnehmen will. Ach, du bist da? Nein, es ist ein Zombie. Nein, ich bin nicht da. Ich habe gesagt, ich starte im Partyraum. Oh, ich bin zweitenspieler da. Wie logisch. Echt. Wie ist wieder der Experte? Es sah so aus, aber es war nur dein Zombie, ich. Okay. Ach, du Kacke. Das schaffe ich alleine so nicht. Ich bin auf dem Weg. Also, ich versuche es, aber... Oh, ich bin in den Katakomben. Ja, okay, vielleicht schaffe ich's doch. Ich nehme mal gerade die Flinte. Ich hab' immerhin eine Taschenlampe dabei. So, aber ich muss hier so ein blödes Ding losschweißen. Okay. Komm schon. Ich bin noch auf dem Weg. Ja, ich hab's. Use the key to open the surface gate. Okay, ich glaube, hier ist bald Schluss. Ja, ich glaube auch. Ich wär' so gern bei dir. Ich hätte dich so gerne bei mir. Äh, 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 äh. Weil hier... Aua, du Kleiner! Hier ist nämlich echt Party angesagt. Ja, ich bin doch auf dem Weg, verdammt nochmal. Ich weiß mir nicht so 100% wo ich hin muss. Nanius! Hä? Durch die Wand durch, ich seh deinen Namen. Echt? Ja. Komm her! Ich... Ich muss halt jetzt schauen, wie ich früher hinkomme. Ich erwarte dich! Wo muss ich denn langen? Äh, geht so eine Tür dann rein, links. So eine... Leuchtende... Ja, doch, aber ich glaube, wir... Ja, doch, da oben ist ich. Ich seh schon... Ich seh schon das, äh, Tageslicht. Ich hab mich verlaufen. Niiiinnn! Ich hab' ihn! Ja, hier sind überall Zombies. Wahrscheinlich bin ich hier sogar richtig. Gott, bin ich gerade flink. Ja, das... Muss man da auch sein. Ich hör' dich, ich hör' dich, ja. Ja, ich hab' gerade geschossen. Bist du eine Tür durch, oder was, hier links? Ja, genau. Echt? Ja. Ah, ich seh' deine Lampe, glaub' ich. Ja. Hallo! Ja, hallo! Oh, endlich! Sind wir hier richtig? Ja, wir müssen hier die Treffoleiter hoch. Hast du den Schlüssel? Nein, ich weiß nicht, wo der ist. Vielleicht liegt der einfach hier oben. Oder hier oben kommt noch eine andere Ebene, wahrscheinlich. Ach du. Ah ne, hier oben müssen wir den Schlüssel finden. Ah, Farkes Licht! Geil, ne? Ja. Ich glaub's ja kaum Ach, wie krass und was Was ist das hier? Ach du Scheiße Ah, ein Sniper und hier ist der Schlüssel Und nochmal ein M16 Dämliche Schlampe Bitte, wir sind Gentlemane Ach du, das brauch ich nicht Ich muss mich erstmal heilen Ach du Scheiße Ja, genau Vielleicht dann doch mit dem Scharfschützengewehr Vorarbeit leisten Ich halte mal kurz Obwohl, hinten geht's noch Ähm, wo ist denn das Tor? Äh Pfff Wahrscheinlich genau da vorne eigentlich irgendwo Dann schießt du mal so ein bisschen von da oben Aber hinter mir tauchen auch schon welche auf, ne? Und ich Komm doch einfach mal bitte hoch und halb hin und unten frei Okay, gut Scheiße, ich bin tot Verdammter Mist Pass auf, hinter dir Ja Ich bin Äh, äh, hä? Waaah Wo zum Teufel bin ich hier? Oh, ich bin in dem roten Raum Okay An sich ganz cool Muss ich nur noch da irgendwie lebend hochkommen Okay So, ich bin da Wer hat hier gerade richtig hart 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 Ja Ja Ja, ich bin hinter dir Gut Hier geht's übrigens auch lang Und hier liegen viele im 16s Und hier ist es einfacher Ja, wir hätten einfach außen rum gehen können Aber wir müssen den Schlüssel hier holen Dann nimm ihn und warte Ich schieße hinten den Weg frei und komme zurück Warte Komm, ja da bist du, komm Jawohl Lauf, lauf, lauf Oh, oh Rechts rum Griecher, Vorsicht Wieso rechts rum? Ja, können wir gar nicht Eben Lass mich doch hier nicht hängen mit dem Schlüssel Du kannst doch nicht einmal laufen Komm Kriecher, kriecher Hab ihn Komm weiter, hinter dir kommen sie schon Scheiße Keine Muni mehr Rechts lang Ami Äh, ich weiß echt nicht Das ist gar nicht das Tor verfickt Ne, das ist wahrscheinlich recht runter gewesen Scheiße Scheiße Okay, warte mal Scheiße, hier kommen wir nie wieder weg Ach, wir haben schon eine ganz andere Situation gemeistert Halt dich rechts genau Halt dich rechts genau Okay Zurück Wie die 300 Spartiaten Genau Halt mir die Stellung Ja, genau Hier sind die 300 Spartiaten nur in zweier Form Komm Danke Und Jetzt müssen wir langsam durch Ja Komm Ich hab Und ich bin am Verbluten Ich bin am Verbluten Keinerlei Ausdauer mehr Ich hätte eine Bandage, aber Ist mir grad egal Lauf, 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 lauf Ja, weiter Lauf, 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 genau Gut, gut, gut Sind wir hier richtig? Ja 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 Komm, 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 komm Mach auf Hier ist die Bandage Bringt nix Erst weiter Find the fuse to the surface Also es hört einfach nicht auf, oder? Ich werf die Bandage hier hin Ich werf die Bandage hier hin Hallo Hier Kann ich sie, ich kann sie nicht aufheben Weil hier, komm Dann muss ich erst das M16 wegschmeißen Mach, 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 mach Aber hier haben wir ein bisschen Zeit Irgendwohin zu gehen Ich kann das scheiß Ding nicht aufheben Nee, es geht nicht, ich kann sie nicht aufheben Ich kann nicht Ich kann nicht Nimm deine Knarre Ja Die ist leer Okay, der Revolver auch? Ja Dann lass uns erstmal Schmeiß doch jetzt keine Waffen weg, wenn sie voll wären Boah, was ist das Okay, wir brauchen eine Sicherung Da ist der Hier sind die Kettenwege Und das war's für dich Ich, äh, halte deine Stellung hier Bis du Ach, ich bin in diesem roten Raum Mit der Oberfläche Mit der Oberfläche Also, wo man an die Oberfläche klettern muss Hier von roter Flur Ja, da muss ich an die Oberfläche, genau Super Dann kann ich den ganzen Weg nochmal alleine machen Och Gott, ey Und ich habe hier Besuch Ja, natürlich hast du Besuch Einen hohen Besuch Ja, ich weiß Ich 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 komme so schnell ich kann Nein Ah, Tür abgeschlossen Äh, 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 äh Nimm doch die Kettensäge da Nimm doch die Kettensäge da Ach Gott, jetzt kommen wieder diese unbesiegbaren Amis So, jetzt verarzte ich mich hier erstmal Das wäre eine glorreiche Idee Mhm, klingt ganz gut Lalalalalalalala Komm schon, heil dich Schnibbel, schnapp So, yippie Mit einer So, ich komme jetzt wieder in deine Nähe auf jeden Fall Wo bist du denn? Äh, ich bin immer noch in diesem Gebäude? Ja Ein Kind? Oh, ganz seltener Gast Ja Von wegen, hier sind keine Kinder Kindfreie Zone Ne, pfff Wie dieser eine Biergarten So, ich bin jetzt gleich im Gebäude drin Gut Aber, will ich hier überhaupt rein? Hier sind überall Typen Ich meine, du musst ja auch nicht Ja, liegt aber nur noch eine Magnum und noch ein Medikit kannst du hier nehmen Und deine anderen Sachen Medikit Vielleicht eine Kettensäge Aber Ach, hier ist jetzt eine 45er, wollen die mich verarschen? Wir müssen erst mal Ist natürlich auch eine kleine Todesfalle jetzt wieder, weil Ich weiß So, hier müssen wir die Wicherung rein Ja, aber die Tür gehen nicht auf, deshalb müssen wir hier raus Ja, okay Warte mal Ich nehme die Ah, nimm Duse, genau Oder Ach, komm Warte, ich nehme sie So, komm Dann lass mich mal Kettensägen-Action machen hier Öh Ah, es bringt überhaupt nichts Außer, dass ich halb tot bin Und blute Und infiziert bin Sehr gut Ja Total gut Äh, find the fuse Okay, hier hinten Ja Da ich eh infiziert bin, renne ich einfach mal dahin Und versuch die noch schnell zu holen Hm Find die auf den Fersen Hier ist ein Krankenwagen, können da nicht mal Pillen sein? Natürlich nicht Ah, Pillen Pillen und Türen, die nicht aufgehen Da ist die Fuse drin, ne? Ach, leck mich doch Wie soll man denn das schaffen? Hast du mal dahin geguckt? Ja Hast du mal dahin geguckt? Aber der Zaun ist Ganz gut Ja Wobei ich es so eingeengt nicht mehr gerne hab Warte, ich hab noch ein bisschen Muni Geh mal zurück Warte Warte Wohl Vielleicht sollte ich die lieber aufsparen Ja, vor allem wenn du immer daneben schiefst Ja, genau So Pillen rein Vielleicht war's das ja jetzt auch mal Ja, die Map hat echt infisch, ne? Die ist richtig unglaublich fucking lange Obwohl, naja, eigentlich kann ich ja eigentlich auch durchgehen Ja, toll Na, scheiße Na, scheiße Och Mann, noch nicht die Okay, okay, ich bin hier nach dir Gut Komm schon, komm schon, komm schon Kann nicht sprinten Kann nicht sprinten, bringt man, ne? Ja, ja Wir müssen nur in das fucking Gebäude Ja, und dann wieder raus Deswegen hab ich die McTain noch nicht benutzt gerade Die hebe ich mir dafür auf Ja Ja Ja, mäh Da heult sogar der Kater Ja, wie immer Komm rein, dann halt dich draußen die Leute auf Ja, mach Nein Nein Na, ich bin eh infiziert Mach Schaffen wir es In einer Radio NSOS Achso, nein Mach ich, mach ich, mach ich, mach ich hier Oh, ist das noch voll das Scharfschützen-Ding? Oh Krafte bald aus Na, natürlich ist das Ding leer Wir müssen jetzt die Dieselpumpe für Dahinten ist Nelly Ich hab hier die Dieselpumpe Hier ist aber, achso, den müssen wir betanken, ach du Kacke Ja, ja Ja, ja Keep the Diesel pumping You got to pump it up Don't you know Alter, ist das ein Scheiß Und die McTendit ist auch noch leer, ich glaub es nicht Alles gut Das schaffen wir Ist das übel Läuft die Pumpe denn noch, oder? Keine Ahnung Geh mal kurz hin Ah ne, man muss eh drücken Beschütz mich Echt? Ja, man muss eh drücken Beschütz mich Ah, ich bin tot Ich bin in dem roten Scheißraum Das ist nicht wahr Das ist nicht wahr Und ich hab keine Ausdauer Und da kommt ein schneller, das bist du Okay Das schaffen wir nicht Da warst du's mal ab Wie? Eigentlich muss noch einer die Horde weglocken und der andere bleibt ganz locker beim Heli stehen Ja, aber jetzt ist es eh zu spät Nein, ist es nicht Ja gut, okay, ich versuche Das habe ich auch geschafft letztes Mal Ja, ich versuche runter zu kommen Ja Bin auf dem Weg Alles gut Wo bist du denn eigentlich gerade? Gerade an den LKWs vorbei Weil ich bin wieder halt in diesem Raum gestartet und musste wieder an die Oberfläche, weißt du? Ja Ja Und das ist doof, aber jetzt bin ich gleich da So Ähm Also der Hubschrauber ist komplett frei, ich hab die da alle weggelockt Gut, dann geh ich da hin Ja Wenn ich Ausdauer hätte, aber ich geh I'm going, I'm going, I'm going Lock sie schön weg, lock sie weg, lock sie weg, lock sie weg Mach ich's doch Bist du da? Ja, ich pumpe Na endlich Beim Heli haben jetzt drei Leute umgedreht, die kommen auf dich zu Ja, ich seh's Hallo? Der kommt durch Nedi, der blöde Sack Ich weiß, die laufen einfach durch Okay, ich komm jetzt zu dir und dann machen wir das Los, los, komm Pum, 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 pum Ja Geh mal zu mir, dass du was siehst Ja Okay Ich hab keine Ausdauer mehr, jetzt Hälfte hab ich Ich hab keine Ausdauer mehr, und jetzt kommen sie wieder Hau ab, geh weg Ich geh weg Ja Wir müssen die erstmal weglocken wieder Und ich muss mich heilen, ich bin halbtot Ja toll, ich verblute Scheiße Aber hier ist ein Medikit Willst du das? Ja Nimm's Das kann ich wieder nicht nehmen, warum nicht? Oh, ich bin infiziert auch, super Ich heil mich trotzdem Ah, wir können auch da durchlaufen Nein, nein Renn doch nicht alleine dahin, warum machst du denn sowas? Ich muss mich doch heilen Dann heil dich doch da, wo ich's auch mache Aber ich kann laufen, während ich mich heile Das ist ganz gut Okay, alles gut Und infiziert bin ich auch sehr schnell Und tot Ja, du auch Ja, du auch? Okay So, aber ich mach Obwohl, mach ich hier noch eine Folgenpause eigentlich lohnt sich das nicht Ne Obwohl wir schon bei 37 Minuten sind Die Map ist halt aber auch anspruchsvoll Wer ahnt denn auch sowas? Okay, ich bin wieder auf dem Weg nach oben Okay, ich bin wieder auf dem Weg nach oben Nein, ihr blöden Ach du Scheiße, hier unten ist wieder alles voll Ich bin tot Aber ist mir egal, ich hab halt grad noch gepumpt wie so'n Irrer Nein Hhhhhh Bezweiflung Weil das man noch immer so weit von dem anderen wegspawnen muss, und das ist total bescheuert Ja, also das ist doch echt ziemlich mies hier Muss ich echt sagen Und dann, dass die ganzen Zombies halt auch immer wieder spawnen, auf dem Weg dahin Toll, hier kommt dein Hampelmann angeflötet, aber der Helikopter ist gerade leer Wie, der Helikopter ist leer Also hier sind kaum Leute Achso, das meint man es mit leer Ich bin auch gleich wieder da Nein, jetzt kommt dein blöder Typ an und Aber ich schaff's Das schaff ich Ich bin auch da Ja, gut Ich seh den Heli schon Komm Komm doch Voll Ja Haben wir es geschafft? Es ist Äh Haben wir es? Ihr wurdet evakuiert Ja, ja, ja Ja, ja, ja Virtuelles High Five Ach du Kacke Gut, das Timing war gut, dass ich gerade an den Heli reinkam, als ich dann hier springe rein 40 Minuten So, und jetzt muss ich unbedingt was trinken Bis zum nächsten Mal Ciao Tschau Tschau Vielen Dank.